Hallo und herzlich willkommen hier ist der Lockdruck und willkommen zu einem GTA-Video dabei ist auch der Nubix Nubo Grappi Oko, sagst du ne? Das ist nur die Wahrheit Jo, unno Warte, ich schütze mich richtig hin Ich hab mich grad noch richtig hingesetzt Achso Tschüss Warte 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 mal, kann ich von hier, warte mal ganz kurz Warte mal ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz, warte mal Na, na, jetzt fliegt du rüber, Digga Warte mal Wenn du jebelst Ich drücke nix aus dem, ich drücke gar nix, das ist ein fucking Berg, ne? Ich meine, dann machst du doch so, das geht doch viel schneller Ich muss aber, oh, das ist krass Warte mal, hast du dich wieder zurückgesetzt? Ja Das hier ist ne Kurve Ja und? Der fährt einfach draußen Ja, ja, das ist so ein riesen Berg, Alter Ja und, da kann man doch den bleiben Dann wär ich hier zurückgerutscht Nein Ah, nein Ah, ich bin runtergefallen Ja, ja, wär weiter, genau Hä, was warst du? Chill doch erstmal, man Du bist komplett ein Checkpoint weitergefallen als gesehen hat so rund links heruntergefallen bist dann bin ich stehen geblieben weißt du was dann ich versuche jetzt etwas das niemals ich weiß auch mal warte mal nope ich fall nicht ins Wasser say something I will give up on you das hätte aber das gekriegt eine seitlich seitlich an der Wand fangen würde klappen man muss richtig fliegen was ich versuche mal ja guck mal wo du bist alter was denn ja ich bin noch hier drüben ich bin auf der ganz anderen seite jo warte mal Bier bin drauf ich bin auf der nein 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 ein paar Zentimeter ich drehe mich hier die ganze Zeit oh nein jetzt kommt das Schlimmste ich hasse das naja warum weil ich Wandfahren hasse schon zu kommen schon zu kommen du hast du hast du hast will du hast Man merkt, dass du kaum wartest. Sonst hättest du nicht so einen Riesenvorsprung. Ich hab noch auf dich gewacht, ganz, ganz Schiene lang. Und ich hab mich gedreht. Alles klar, er dreht sich wieder. Junge. Guck, du fährst schon weiter, obwohl ich nicht mal neben dir bin. Ja, du hast doch noch einen Bus. Guck mal, du wartest nicht mal, bis ich neben dir bin. Das hast du auch nie gemacht. Du fährst auch, wenn du ein paar Meter hinter dir bist. Aber ich fahr direkt langsam. Du fährst direkt mit vollem Tempo. Ja, natürlich, weil du einen Boost haben. Ja, ich warte mal, bis du auf dich einfach langsam. Du fährst gar nicht. Ich fährst einfach nur, dann fahr ich erst. Ich meine, wenn ich nicht mal neben dir bin, fährst du schon los. Und ich fahr jetzt los und du neben mir los. Ich booste einfach nur. Ich fahr nicht los. Ich booste einfach nur. Dann, wenn der Boost zu Ende ist, dann fahr ich los. Merkt man aber nicht. Ja, kann man auch nicht sehen, ne? Ja, das Rennen wird schon wieder so scheiße. Aber weil du dich wegen jeder zweiten Scheiße aufwachst. Nein, weil du nie richtig wartest. Alles klar. Dann lass doch einfach ohne warten spielen. Ja, jetzt auf einmal. Das ist doch scheiße. Was? Nein, ich will durchziehen. Dann zieht er nicht durch. Ah, ist klar. Er fällt runter. Sonderbar. Das merkt man doch. Okay. Wie soll ich an die Rail kommen? ... Ja, war klar. Ich wusste, dass ich mich jetzt überdrehe habe. Malte. Kann da nie mal stehen, weil. Ich bin da stehen. Ich kann dann niemals stehen bleiben und dann einfach so weiter wollen Kannst fahren Nein Mieha Nein, die Gangster, wie oft hörst du das Lied, Alter? Die ganze Zeit. Fuck dich, das Lied nicht irgendwo ab. Nö. Halleluja, das hat auch schon lange geklappt mit meinem... Lass mir jetzt noch ein bisschen Bullshit machen. Bullshit machen, nämlich kein Spaß. Natürlich. Nämlich nicht. Kein Ding. Halt die Fresse auf zu produzieren. War recht. Ja, du kommst nicht rein. Oh, fahr's mich nicht. Ja, überfahre mich noch. Überfahre eine Leiche, genau, du Wichse. Lern fahren. Genau. Ich spaw einfach unter der Brücke. Ja, wow. Wirst du was, Alter? Ja. 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 ich bin hier ja hier wo hier hey dann hier lassen wir uns ein freundschaftszettel stechen halt die fresse komm und lass es mal ich lass mir kein zettel stechen ich meine gta hat ja die hohe wichser da ist das b scheiß wichser ja jetzt habe ich die cops genau er überfährt mich und ich krieg die cops witzig komm auch raus du reicher schnösel ich muss hier glaube ich die ganze ganze highway muss ich verprügeln vielleicht bist du auch in der growth street nein ich bin am highway was heißt nochmal highway ja ja autobahn ja hauptsache sagt ich bin am highway dann fragt er noch was war nochmal highway ja ich wusste ich weiß nicht mehr was es auf deutsch ist ich weiß wie ich die polizei los werde und soll das ich weiß mehr ich weiß nicht mehr ich weiß nicht mehr auch es wird ah Kinder nicht im Relief nachmachen oft ich bringe das hier hin kann ich mich abholen ich weiß nicht wo ich bin ich habe mich verlaufen schade was denn nein nein ich hätte fast so einen großen Sound geschafft komm ich holen warte ich hab mich mal laufen und du sagst warte da muss man immer ruhig sein die Geduld ich geb dir gleich ruhig nein wer bin ich schon hier und finden nie diesen scheiß hängen guck mal auf der Karte wo ich bin was machst du denn da hinten äh meinen Motorrad holen versuchen zu holen ja man hier geht ein Weg hoch ja ja Motorrad ich komme geil ich sehe es schon fast mach mal diese eigene Gangster aus Alter sorry boah mir ist das hess jetzt fast vom Kopf geflogen ich bin juckt 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 nein nein weiter so ich werde jetzt mein Motorrad hier raus Daniel komm schnell ich gehe mit meiner Motorradkassi Das finde ich so gut. Kann ich ihm mal angreifen? Wie ist mit dem Motorrad? Dein Weg? Ganz kuchen! Warte, bin gerade um fliehen. Puh, ich hasse ich diesen. Wo will man auf der Basebeck landen und schafft es natürlich nicht. Komm jetzt, zwei dich. Mann, komm du doch. Ach, egal, du siehst es in YouTube. Hey, wo ist auch eine Branche? Oh, falsche Alarm. Jetzt bin ich... Jetzt bin ich... Blöds, ding, da. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Du musst mich mal kurz zum... zu der Hecke führen. Wo ist die? Ah ja, ich muss doch vor dir... Was ist in der Hecke? Da ist die Labyrinth. Was willst du da? Wow, ey, weißt du, ich bin gerade gegen so ein Lampen. So eine Lampe gefahrene und die Lampe ist mit einer Ampel und da ist so ein Knopf dran, ich bin genau perfekt gegen den Knopf. Nice. Zum diesen, fahr mich immer dahin. Was willst du da? Ich weiß ja gar nicht, wo das ist, was willst du da? Ich weiß, wo es ist, komm mit. Warum soll ich... hä? Wo ist... wow, Auto. Falsch abgebogen. Jetzt geht's von meinem Motorrad schon. Daher komm ich jetzt zu mir, Mann. Du, Mann, ich bin doch mit dem Mix. Du, Lamente. Ich hab so lange, weil... Dann komm. Komm du doch. Ich bin gerade in der Leiche, im Leiche-Schauhaus, ne? Hm, ihr fischt. Du, Lensen, du, Lamente. Du, Lasse, du, Lasse, du, Lasse. Du, Lasse, du, Lasse, du, Lasse, du, Lasse, du. Das ist ein gehör. das muss ich noch mal töchten Leute wie ihr seht ich bin auch erst gerade neu bei GTA dabei also nicht wirklich neu sondern ich hab da schon länger aber neue Charakter und wie ihr hier seht mein Rücken ist komplett voller Blut Daniel kam doch hier kommen die Uhr hier ist es sich lassen da komme ich nicht nicht warum soll ich dann kommen die Kritik als keine Geschichte ist aber ich bin auch nicht mehr zu stellen der Schleswig-Holstein mit Korn würden er erkenne ich bin auf dem weg zu ihr und du weißt schon dass ich meine maßnahmen benutze ich kann ab und ich bin schlecht und sowas womit mit dem bmx ja mein freund denkst du man kann also nichts überfahren das war für mich schon auch gewohnt ja weißt du wie wir sind wer wir sind in den Weinwood Hüls und da kannst du nicht so einfach nicht so töten doch mein kleiner du bist ja der kleine eigentlich nicht eigentlich doch ich bin größer als du ich bin älter als du trotzdem bin ich größer dazu bin ich älter trotzdem bin ich größer du hast gesagt kleiner das hat nichts mit dem Alter zu tun im Leben hat es nichts mit Größe zu tun sondern mit Alter kein mit der Respektlichkeit schon was und was mit der Respektlichkeit das habe ich jetzt nicht gehört hast du nicht da ist ja schon der Pia da ist ja schon der Pia kommst du oder soll ich zu dir kommen weeeeee oh scheiße du hast ein Motorrad Nein oder Tja wirklich verorschen Scheiße Alter ich komm hier nicht hoch die das ein Motorrad du musst dich planen Weg gleich einsetzen wenn du mal da näher wirst ja boah ich boah guck mal ja ja ich komm jetzt ne nein bei Gott ich mach nix ich geb dir sogar Vorsprung guck oh mein Gott ich hatte ja so heftig Glück nein hier gibt's noch ne Barriere und soll ha 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 ey willst du m geile ich kletter hoch wow Pia ich bin voll nahe dran naja warte 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 halio darfst du dich durch cervej fora schau nur hier runter hr warte 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 warteensch ey warte voll er wegs voll weg sei ja ohne witz das zählt nicht nein du hast ja du lahme schnecke ich bin auf die schlauze geflogen ich bin doch schon fast da alter nein 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 du fällst du nicht runter scheiß alter hey mein motor okay jetzt bin ich am auf ich meine ich bin gut Wie bin ich denn? Hä? Was? Das werde ich mir gleich nochmal in Zeitlupe angucken, Alter. Nein. Was habe ich bitte da geschafft? Du hast nicht gerade viel Vorsprung. Ich muss hier nur rauskommen. Hobe ich auch nicht. Ich habe nie gesagt, dass ich viel Vorsprung habe. Ich bin in der neuen Kontin zu bis ein paar Sekunden hier. Au! Daniel. Ich komme nicht raus. Du bist so schlecht. Nein, ich komme nicht raus. Du bist so schlecht. Nein, ich komme nicht raus. Was? Was denn? Du bist Bett? Was bin ich? Bett. Weiß ich denn? Du bist schlecht, Mann. Ich habe dich... Ah! Jawohl! Ein Autorab... Oh mein Gott! Daniel! Oh mein Gott! Was schweißt du? Gab, wer würdest du jetzt mein Gesicht ziehen, ne? Wenn ich in der First Person bin, sieht das normal aus. Aber wenn ich ganz normal weggehe, ne, bin ich unter der Map. Lol. Du stechst nicht rein! Ah, bin wieder da. Es war so klar, dass ich runterfalle. Weißt du? Du bist in der Nähe, da kann ich wieder weiterspielen. Nein! Ich bin da! Nein! Nein! Wirst du schlecht, Mann! Warte, ich schnauze. Das hast du versucht. Ich wollte dich rammen. So bad. Alles klar, Mann. Nein, als ob... Ich hab's schon wieder nicht. Mann, jetzt bin ich voll knapp gebogen. Und ich komm zu dir, ich trottel. Ey, es war alles ein Job. Du bist so bad. Du bist bad. Du bist bad. Ich war wenigstens nicht runtergefallen, ja? Ja. We are in control! Bats! Bring mir mal mein Motorrad! Neee! Ich krieg dich! Ja, Talios! WTF? Danke für deine Party! Was?! Willst du mich verarschen?! Das ist... Das ist... Ich war überfahren! Mann! Come on! Wo ist eigentlich mein Motorrad? Guck auf... Linkse! Als ob das hier unten ist! Komm, das hab ich! Ich hab's da durch! Yeah! Ja! Oh Gott! Mann, Daniel, du bist ja hier gar nicht! Nein, du bist ja hier gar nicht! Pfff! Guck mal, wer da kommt! Guten Abend! Bist du eine Reihe weiter unten? Kommst du nicht hoch! Das geht nicht! Das geht nicht! Wexer! Der hat's rausgefunden! Heile Bulle! Heile Bulle! Heile Bulle! Ja, komm, ich bin nochmal... Was sagtest du dir da? Heile Bulle! Gar nicht! Was sag ich mir dabei danken? Außer, dass du ein Rondolierer... Heile Bulle! Ah, du wirst schießen?! Ja, okay, das wusste ich nicht! Heile Bulle! Heile Bulle! Heile Bulle! Heile Bulle! Heile Bulle! Warte mal ganz kurz... Tschüss! Nein! Fahren sie weiter! Ich würd dich begehren! Kein Problem... Da! Hey, nicht du! Das Auto! Ja, ja! Oh nein! Ich Options kriege inenen! ich habe mich abschlosseln ich werde auch abgeballert ich bin tot aber die treffen nicht ich hab noch einen schoss gebraucht ich hab einen platten ja das dauert bis du mich einholst nur einen platten und jetzt habe ich keine felge ich hab noch schon vorher erstmals das land ja hier ich habe Prozent und mit der Scheiße ich würde sich mit dem Spiel geben Nein, nein, nein! Oh leid, die Brüder, bisch. Oh nein. Idiot. Nimm mir die Bild, Daniel! Steig vorbei, ich ist jetzt meins! Brauch dich nicht! Verpasst dich! Alter! Ich hab' wieder einen Schuss und dich hab' überlebt! Äh, ich hab' dich auch geschossen, außer Sinn. Oh, der hat den Platten! Mein, das Auto hier ist kaputt! Warum sind die mir hinterhergefahren? Oh, da geht ein, da geht das von deinem Fahrrad! Kein Ding, gib ihn da für den Motorrad. Ui! Boah! Und das ausweich mal über! Wo bist du? Afrika! Wir sind beide Räderplatz! Ich bin so schlecht! Gebe ich Fahrrad, gebe ich Fahrrad! Gebe ich Fahrrad! Gebe ich Fahrrad! Oh, die Bullen kriegen es nicht nur mich zu töten, aber so ein NPC, wow! Was?! Ich bin auf der Fahrrad abfahren, aber da kommt ein Bullen von Litten, wow! Bin ich tot! Doch gut so, Junge! Was ist das für die... Also, das war's auch schon wieder von dieser Folge, wie ihr seht! Ja, bis zum nächsten Mal, das war's von GTA und haut da rein und tschau! Ja, bis zum nächsten Mal! Und da, bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Ja! Untertitelung des ZDF, 2020